die mit erreichend nicht doch vor der regel die traufe leute was macht ihr wenn ihr normal die ausgesorten ist der moment der noch hallo mann du kacklappen nicht doch du schießt doch jetzt die scheiße ich auch mich lauch ich habe dafür keine zeit ich habe noch nicht so bleiben dafür sie wie von euch und schnitzelasse hat das roh vor heute wurde ein mann eingeliefert eine schreckliche wunde am kopf er hat überall narben spricht nicht keiner weiß woher kommt er muss halt sein aber keiner vom regimen würde er doch nur mit mir sprechen hat so eine innere stärke okay so dass wir zurück alle auf der mann hier da kommen 5 von diesem alles gut voll weil sie muss aber ok jetzt weiß ich wo ich bin Achtung Schimmel äh dein Ernst hier bin ich ja das habe ich jetzt aber noch gar nicht gesehen aber da war jetzt mal hier das ist auch gut das war nur noch ein scheiß mit die weg aber noch besser weg wenn ich mal tot das ist ja ok haben sie mitgedacht dass man sich das hier mal das ist ja mal wieder aufladen das ding ist ja praktisch hier episch alter episch Blut ist dicker als Wasser. Oh, die Musik ist vorbei. So, guck mal hier nochmal nach. Hier haben wir ja auch noch eine Kiste. Bup, bup, bup. Hat gerade hatten. Habe ich ganz vergessen aufzuschmeißen. Was haben wir hier noch drin? Ja, können wir oben aufladen. Da können wir auch nochmal eben schnell... Da, geil. Ist nichts drin. Können wir so aufmachen. Rüstung 100% A fettes Messie. So gut. Saugurt, Joghurt. So. Sup. Jawoll. Machen wir mal voll wachen. Einmal zack. Yes. So, dann brauchen wir die andere Kiste gar nicht nachgucken. Wir sind ja eh full oof. Und da laden wir mal nach. Da könnten wir wahrscheinlich jetzt auch das... Yes. Genau so wollte ich das haben. So. Prost. Okay. Ach Mist. Kann man die mitnehmen. Musik ist weg. Scheint wohl. Wir hätten es alle... Saum ist abzimmert. Ach, da geht es gar nicht lang. Okay, da muss ich oben auch diese Lüftung schafft, damit ich da an der Schrufe fliege. Oh, hier lang. Jawoll, auf die Treppe. Oh, Mann, oh, Mann. Ja, danke. Einten ist die Tür. Vielleicht kommen wir ja da runter. Da ist noch... Ach, scheiße. Voll übersehen. Oh, nice. Das ist ja nice. Oh, hier jetzt raus. Aber durch die Lichterstreiche hatten wir überhaupt nicht. Nenn mal so nicht mit. Natürlich nur nicht aufgeladen. Ich habe schon wieder das Limit erreicht, Allah. Das ist Porno. Hier, auch. Schauen wir uns hier mal um. Oh, schon. Oh, nein. Ne, da wird sich das ganz bestimmt nicht lang, Virus. Äh, äh. Ja, ich lasse einfach jetzt mal, ah, dann kommen wir ja sowieso nicht, weil dann neig ich die Bumme jetzt erstmal hier legen. Bum. Schade drum. War eigentlich ein netter Wegbegleiter. Oh. Ui, 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 ui. CDO, Blazcomic, komm schon. Oh, wow, 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 wow. Ey, 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 au. Oh, ich sag mal. Oh, wow, wow, wow. Ui, wow, 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 wow. Das war knapp. Oh, scheiße. Ui, 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 das wird drin, Alter. Sau. Ja, gute Frage. Ne, da sieht man mehr. Ja, alter. Alter. Das ist hier raus. Alter. Alter. dieser blöde sack ist doch zum springen was ich war von hause haben wir hier wo siehst du mich denn was nicht doch nicht doch diese immer die raketen da ist er das elmer vom jetzt soll mich natzen radnägel diese musik die passt so ist wenn ich richtig geil wir haben ja nichts mehr schade aber es ist guter rückzugspunkt falls mal ein bisschen mir einfach vom verbraten kriegt hier aber das ist auch eine gute ecke zu verstecken er ist unten ich weiß wir müssen hier runter ja eigentlich wollte ich jetzt hier nicht runter aber natürlich auch mal extrem wie komme ich jetzt wieder da hoch ja da wartet auf uns da unten raketen fuzzi da steht dieser lümmel da unten und will das noch mal im braten und sagt uns auch wieder sehen ja wie sehen wir denn aus wir müssen ja wie kommen wir denn hoch gibt es ja keine luke nach oben ja ja wird noch nicht angezeigt was ist das kacke ich muss jetzt seitwärts alter dann ist jetzt mal ja ganz schön nebendrauf auch kacke kacke kacke